Applaus Dankeschön, Startnummer 52, Cassandra Finke, Fit One Hamburg Nächste Teilnehmer, Becky Startnummer 54, Lea Gräfig, Team Fit Wish Dankeschön, Lea Gräfig, Team Fit Wish Nächste Teilnehmerin, Becky Startnummer 56, Madeline Kornfeld, Team Harn Sind Sie nouveaux dramatisierte, als sie sich geschätzt haben, Herr Osser Zehlen im Alltag, die wir mit dem Kornfeld verheißen, die wir mit dem Kornfeld dem Kornfeld im Alltag, zu den Kornfeld aufs Beislauf mit dem Kornfeld, den Kornfeld, den Kornfeld der Kornfeld, die wir mit dem Kornfeld Kornfeld, Dankeschön, Team Hahn. Nächste Kandidatin kriegt die Stamm Nummer 57, Lucy Schulz. City Chief Lübeck aus den hohen Norden. Auch bei der EF dabei, nächste Woche. Heute nochmal, Generalkobel. Dankeschön, Lucy Schulz. City Chief Lübeck. Nächste Kandidatin kriegt die Stamm Nummer 59, Valentina Cerrun. Fitline-Weilheim. Man kann es auch schon sagen, ein sehr starkes Teil im Feld. Dankeschön, Valentina Cerrun. So, jetzt dürft ihr euch einmal auf die Linie stellen. Ja, es sind nur fünf, ja. Okay. Und aufmachen, komm, an. Gleich aufmachen, Kirsti, ne? Oh, Mensch, fahren. Und schlägt. Ein, optimal. Schön, Ria. Eine Vierteldrehung nach rechts. Ja, sehr schön. Ja, sehr schön. Ein, rein. Oh, schön. Bein. Sehr gut. Ja, sehr schön. Eine Vierteldrehung zur Rückenansicht. Jawohl. Sehr schön. Und aufmachen. Sehr gut. Und aufmachen, dann. Zoll direkt. Ja, so. Ja. Stichst gut. Drei Schuze in Richtung Bühne im Hintergrund. Sehr schön. Jawohl. Wuhu. Jawohl, ja. Linke Ellbogen ganz dahin nach vorne. Die kannst du dir auf einer Linie einrichten. Anrichten. Und anrichten. Anrollen. Entrollen. Einfach aufmachen, Kirsti. Einfach wieder aufmachen. Linke Seite. Eine Vierteldrehung nach rechts. Einfach wieder aufmachen. Und aufmachen. Und strahlen. Komm. Jawohl, ja. Los. Eine Vierteldrehung zur Frontansicht. Und wenn du das aufmachen, komm, aufmachen. Jawohl. Und steh. Jawohl. Drei Schritte in Richtung Kampfgericht bis zur weißen Linie, bitte. Komm. Nein, jawohl. Und steh. Und aufmachen. Jawohl, ja. Komm. Aufmachen. Aufmachen. Ja. Sehr gut. Danke. Wir wechseln einmal durch. Sieht gut aus. Komm. Absolut. Ja, sehr gut. Ja. Kontentierlich. Alles klar. Ja. Alles. Guck auf die Beine. Die sind in der Mitte. Perfekt. Komm. Und aufmachen, Mann. Sehr schön. Eine Viertel-Drehung nach rechts. Gut, schön. Ja, das ist strahlend. Der Bauch, kässt du den Bauch? Genau. Jawohl, Lea. Eine Viertel-Drehung zur Rückenansicht. Jawohl, aufmachen, komm. Stehst gut, stehst gut. Gut, Lea, genau. Eine Viertel-Drehung nach rechts. Und steh. Und steh. Machst du super, genauso bleib. Und eine Viertel-Drehung zur Frontansicht. Ja, ja, genau. Und steh. Seid gut. Vielen Dank. Perfekt. Danke schön. Die Jürgen-Bikini-Fitness 1. Sie wird jetzt die Bühne verlassen. Wir sehen uns nachher zur Siegeerbung wieder. So, jetzt sehen wir die Jürgen-Bikini-Fitness 2. Die vorhin auf der Bühne waren noch ein.